Mein Name ist Katharina Mehrlein und ich möchte Sie mit meiner Lernsession auf den Petersberger Trainertagen dafür gewinnen, Agile doch noch eine Chance zu geben. Leider ist es zum Buzzword verkommen, manch ein Unternehmen ist schon wieder durch, viele haben noch nicht gestartet oder hängen bei den ersten Schwierigkeiten fest und schaffen es nicht, diese Hürde zu überwinden. Ich erlebe jeden Tag sehr viel Hilflosigkeit, dagegen möchte ich etwas tun. Rings um mein neues Buch, Wie Agilität gelingt, ein agiles Mindset entwickeln, typische Hürden meistern, möchte ich Ihnen vorstellen, wie konkret Sie eigentlich ein Mindset entwickeln können und viele praktische Hinweise geben rings um, wie Agilität tatsächlich Realität werden kann. Ich freue mich auf Sie, vielen Dank.